Weg, 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 lass dich halt in die Luft jagen. Ui. Okay, das dürfte es gewesen sein. Hier ist nicht mal der Boss. Warum zur Hölle sind so viele Teams hier? Keine Ahnung. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Senseless Survivor wieder hier. Und ja, heute gibt es wieder einen Run mit Tim Agatrasan. Den Link zu ihm lasse ich euch mal unter der Videobeschreibung. Es war ein komischer Run irgendwie. Alle Gegner waren bei uns auf unserem Compound. Keine Ahnung warum. Die Bosse waren ganz woanders und ja, die Wissenschaft rätselt noch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like. Da werde ich mich riesig freuen. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Da wenigstens wieder eine bekannte Map. Ja, ich will keine Ausreden hören. Da vorne können wir etwas bauen. Mhm, stimmt. Du sagst, dass zwei Bosse, okay. Eine Katze. Was ist eine Katze? Die Alte da vorne hat sich angehört, wie eine Katze, wie so eine Läufige. Hast du es nicht gehört? Ich hab nur gedacht, es ist bei dir schon so weit, dass du Katzen siehst. Ach, hör doch auf. Na dann, Vollgas hier. Alter, ich bin nicht erschrocken. Was für ein Idiot. Versteckt er sich in den Busch? Die Sau. Oh, ich sehe Jäger da hinten. Wo? Da, wo du hingepingt hast. Ja, 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 Ich brauche Munition. Welche? Lange? Ja. Ähm, okay. Wenn ich find, sage ich dir Bescheid. Ah, ich habe was. Hier oben. Hier ist auch. Oh, das geht auch wenig. Na, mit den Viertelbällen kriegst du nur einen Schuss. Die sind da. Die laufen südwestlich im Hof rum. Oh, das geht auch. Oh, come on. Ist einer gestorben? Hm. Okay. 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 Stellst du die ganze Zeit ein oder was? Ja. 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 Die sind hier zu zweit. Da kommt noch einer. Hab einen. Okay. Wo schießt du hin? Das ist die Wand. Ach so. Wo ist er hin? Hat ihn abgestochen. Sehr gut. Da schießt noch einer. Da ist noch einer, ja. Da ist noch zwei. Ich brauch dringend Hilfe, Matze. Warte, komm rein, komm rein. Ich heil mich schnell. Ja. Oh. Oh! Das ist ne Runde schon wieder ey. Ich bin unter dir. Wo sind die? Weiß ich nicht. Oh, ich hab einen getroffen. Hab einen Fass in die Luft gejagt. Ich glaube die wollen uns jetzt von hinten angreifen. Die rennen drum herum. Können sie machen. Ne, die laufen noch südlich von uns rum. Oh, da werd ich mal hinten rum gehen. Ja, mach das. Südlich? Da vorne. Da rein. So, wo ist der andere? Ich hab nur den einen gesehen. Da ist er. Da ist auch hier. Wo? Hier. Hinter dem Felsen. Wollen wir pushen? Hinter dem kleinen Felsen da. Hier von. Alter, mein Herz. Was? Hat er den aufgestellt? Weg hinterm Baum. Schön weg weg weg. Lass dich halt in die Luft haben. Ui. Okay, das dürfte es gewesen sein. Hier ist nicht mal der Boss. Warum zur Hölle sind so viele Teams hier? Keine Ahnung. Vielen Dank. Ui. Bitte, bitte. Wir haben einen verdammten Clou aufgesammelt und hier ist die Hölle los. Hat da gerade jemand gekämpft? Nichts gehört? Ach Gott, ey. Die hat mit noch Munition, ne? Ja. Die Wetterli. Ja. Was hat der hier? Auch Wetterli und Scottfield. Wetterli Schalldämpfer ist auch neu. Kennst du, glaube ich, auch noch nicht? Ne. Wetterli gibt es jetzt auch mit Schalldämpfer. Dann lass uns mal kurz eine Munition suchen. Ja, und Heilung und... Die Map ist ja unser. Brauchst du eine Gegengiftspritze? Ich habe zwei. Ich habe noch 12 Minuten. Ja, komm. Können wir aufrichten. Dann drück rein. Ich weiß nicht, ob die alleine sind. Das waren jetzt drei Teams. Mit uns... Vier. Es kann immer noch zwei Teams geben, ne? Also zu sicher würden wir uns nicht fühlen. Ja. Oh, sollen wir einfach mal... Da vorne ist nochmal Muni. Oh ja. Sollen wir einfach mal was? Raus? Ne. Ach quatsch, doch nicht raus. Einfach weiter. Ich hätte gerne mal einen Balken wieder. Ja. Ja. Natürlich weiter. Wollte bloß ja kurz mal... Auffüllen. Auch noch einer. Ja, hier draußen haben sich ja auch einige. Da hinten ist auch noch einer. Der nächste da hinten. Oh, den kann ich sogar noch... Was? Was? Der wurde schon zweimal gelootet. Okay, dann sind's... Hier liegt auch noch... Okay, ich glaube der Server ist leer. Hm. Liegt noch einer. Einer fehlt noch. Noch einen Hunter finden, ist der Server leer. Ah, der wird hier auch irgendwo rumliegen. Warum? Erklär mir das mal bitte, warum? Sind die alle hierher gekommen? Keine Ahnung. Die haben uns gesehen und dachten, ey, leichte Opfer. Ja. Keine Ahnung, warum die alle hierher gekommen sind. Es macht keinen Sinn. Nee. Hier liegt ein Trade rum. Geier. Oh, Geier. Da gehst du jetzt grad nochmal zurück und guck, wen ich noch loopen kann. Komm mit. Kein Trade mehr da. Oh, dann hat ihn schon einer von denen genommen. Geklaut. Ja, der Perk kommt doch jetzt ganz perfekt. So, dann können wir uns den noch holen. Hatt ich mir auch gedacht. Mhm. Aber leider für den alten Matze kein Berg mehr da. Am besten haben wir, glaube ich, alle gelootet da hinten. Es gibt doch ein Team. Es gibt einfach noch ein Team. Geil. Geil. Komm, die machen wir kalt. Sollen wir hoch? Natürlich. Okay, auf geht's. Dann brauchen wir auch. Ich brauche bloß Munition. Ja, ich auch. Ey, die haben den Boss ja schon. Siehste? Und die haben das aufgehoben. Oh. Ja. Wollen wir hin? Wollen wir was klauen? Können wir auch machen. Dann wissen sie aber, wo wir sind. Ja. Warte, ist schon mal den hier und wir gucken mal, wo der Boss ist. Aber wir kriegen Cola. Wenn wir rauskommen. Achso, wenn wir nicht rauskommen, kriegen wir keine. Richtig. So. So. Soll das Park. Sollen wir den Boss schnell machen? Ja. Jetzt haben sie aufgenommen. Ja. Was ist denn das schon mal für ein komischer Name, Alter? Hier ist eine Kasse. Ich renne jetzt einfach durch. Du kommst. Ja. Ich komme hinterher. Mhm. Hier waren sie aber schon. Die Tür hier ist offen. Aha. Jetzt hat der andere. Das sind Russen. Russen sind dafür bekannt, harte Gegner zu sein. Ja. Was machen die eigentlich? Ah, die gehen raus. Achso. Sorry, den Kampf hätte ich gerne genommen. Ja. Aber mit dem fehlenden Balken war mir das zu gefährlich. Krass, der ist auch hier unten am Hammer irgendwo. Ja, hab ich den geschickt. Ja, schief, schief. Vielleicht kommen die dann. Na los, traut euch hoch. Die sind schon am Ausrennen. Ach, nö. Schade. Schade. Aber ich kenn mein Glück, weißt du? Wir sagen, nö, wir machen die jetzt. Ja. Und der hat mir die Sparks in die Fresse und dann vorgestorben, weißt du? Ja, ja. Ne. Die Rosen doch keiner hat einen Knochen. Ne. Verweichlicht. Da verpissen sie sich einfach. Mit ihrem Scheiß bauen die. Aber hey, nach dem Chaos am Anfang können wir ganz... Ja, können wir wieder ein bisschen Kohle vertragen. Naja, ein Tag. Ach, schießt auf mich, Alter. Ich kann nicht nur mal zurückschießen. Hab ich einmal getroffen? Ja, ja, zweimal hast du mich getroffen. Okay. Ich fang an zu extrahieren. Oh, Alter. Du blutest, ne? Mhm. Was hast du gemacht eigentlich? Ich hab ein Wurfmesser geworfen. Ach so. Fiff, 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 fiff. Dich verrecken wir. Der einzige ran, wo wir heiß rauskommen und wir verrecken, weil wir uns gegenseitig umgebracht haben. Und das wärs. Ich blute immer noch. Egal. Bist rausgekommen. Kannst dich in der Kutsche verheilen. Verarscht. Stell dir vor, wer hat uns wirklich umgelegt. Ich weiß doch, was ich mach, Mensch. Aber ich nicht. ich weiß nicht welche auswirkung die armbrust feil auf dich haben die pfeiler die die bolzen an sich nicht viel aber die blutung halt ach so verursachen die auch blutung ja ja klar wieso ist das wieder ich hatte doch haben jetzt generell alle schrotflinken wieder blutungsschaden und was das jetzt nur munitionsabhängig oder irgend so was ich habe ich schon wurf es abgeworfen vorhin hatte mich doch einer im gefängnis mit dem schrumpfen